Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zum Recap der Folge 5 der ersten Staffel von The Penguin. Wir besprechen eine Serie ganz schön lang vorab, bevor ihr sie guckt. Das heißt, das ist vielleicht, was wir hier so an Körperweisen und die aktuelle Popkultur machen, nicht so ganz top aktuell, räusper, räusper. Ich begrüße herzlich neben mir in meiner Runde an meiner Seite meine Jungs Maurice und Heiko. Moinsen. Hallo. Hallo. Hallo, ich bin der Andi und wir reden, wie es halt eben so ist, hier bei dieser, bei diesen Recaps, bei dieser Recap-Serie des Tele-Stammtischs über viele Dinge und in dem Fall jetzt eben über die fünfte Folge von The Penguin. Ihr habt zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung bereits die ersten beiden Recaps auf die Ohren bekommen und wir haben auch durchaus ein bisschen Feedback schon bekommen. Fühlt euch frei, unserem Discord-Channel zu joinen. Kommt rum und schreibt uns, wie euch The Penguin gefällt. Wir hatten jetzt eine kleine Aufzeichnungspause. Ich weiß nicht, so zwei, drei Wochen dürfte es gewesen sein. Was gibt es Neues bei dir, lieber Maurice? Erzähl mal. In welchem Bereich des Lebens? Privat, beruflich, romantisch? Politisch. Politisch? Oh ja, können wir gar nicht drüber anfangen. Aber ja, geht bitte wählen. Es wird immer wichtiger, dass ihr bitte eine nicht-konservative Partei wählt. Darf man das hier sagen oder ist das dann, wird das gestrikt von Warner Brothers, dass man hier Ideologie verpackt hat? Der Instagram-Account vom Tele-Stammtisch ist ja schon gelöscht. Tatsächlich. Ich glaube, wir sind jetzt die Datensender. Ja, komplett. Wir sind vogelfrei. Genau, also, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt und ihr findet zu diesem Zeitpunkt keinen Instagram-Kanal vom Tele-Stammtisch mehr, bitte nervt mal Instagram, dass das zurückkommen soll. Da könnt ihr so einen Support, da gibt es so einen Link, wo man da hinschreiben kann und nachfragen kann, was da los ist. Aber ich habe nichts Spannes zu erzählen, außer was zu sehr ins Detail geht. Ich kann nur sagen, dass ich den Omnibus von Secret Six mir gekauft habe, weil Heiko mich geinfluenced hat, weil ich wusste nicht, dass der rausgekommen ist. Und wenn ihr einen geilen DC-Comic lesen wollt über Anti-Helden oder eigentlich Schurken, die Anti-Helden-Sachen machen, weil sie einen Ticken weniger böse sind als die anderen Bösen, dann lest das. Es ist eine der besten DC-Runs, die es wahrscheinlich gibt. Mindestens Top 30. Ja, absolut. Schon nie gehört, was ist der? Secret Six von Gail Simone. Das ist ein super Helden, super Schurken-Team. So ein bisschen in der Tradition von Suicide Squad und anderen Anti-Helden, die zusammengeworfen werden. Und ich kriege sie, glaube ich, gar nicht mehr alle zusammen. Es ist Bane dabei, es ist Cat-Man dabei, es ist die Tochter von Vandal Savage. Es ist dieser komische Typ, der aussieht wie so ein Rack-Doll, genau. Und es ist extrem ... Und hier Deadshot, ganz wichtig, den kennt man doch sogar. Deadshot, ja, natürlich. Auch aus der Suicide Squad, ne? Also es ist ein extrem liebevoll geschriebene, komische, krude Truppe, die zusammengewürfelt wird. Und ich hatte die vor Jahren mal entdeckt und sie haben sich sofort in mein Herz gekämpft. Und ja, ich habe gesehen, der Omnibus ist draußen, habe es Maurice erzählt. Er hat ihn sich sofort gekauft. Und weißt du, was ich mir heute bestellt habe, Maurice? Auch den Omnibus. Ja, sehr schön. Und es ist halt wirklich kein rausgeschmissenes Geld. Omnibusse sind leider unverschämt teuer. Es ist immer gefühlt, wie als ob man sich eine halbe Videospielkonsole kauft. Aber die machen sich sehr gut im Regal. Dann sieht man immer sehr belesen aus und dass Comics gar nicht so dünn sind und so. Aber, ähm, ja. Das lohnt sich, das lohnt sich. Welchen Omnibus hast du dir als letztes gekauft, der viel zu teuer war? Boah, Omnibusse, das ist ja so ein Ding, ne? Das muss ich überlegen. Ich stehe ja eigentlich gar nicht auf diese alten Classic-Dinger. Das geht mir gar nicht an mich ran. Ich habe die immer mal in der Hand, aber irgendwie, keine Ahnung. Ich muss ja auch mal Geständnis machen hier, als Comic-Influencer kriegt man ja auch ständig irgendwelches Zeugs geschenkt. Also, es ist auch so, dass ich eigentlich keinen zwingenden Bedarf habe, irgendwas zu kaufen. Ich mache das natürlich trotzdem regelmäßig. Natürlich. Aber, ähm, also das letzte Dickere waren wirklich schon die Hellboy-Bände. Ansonsten habe ich mir komplett Dune gekauft. Das ist ja immerhin auch mehrere Hardcover, die bei Splitter erscheinen. Zählt das als, als halbes, als halbe Omnibusse? Ja, na klar. Also, es ist ja auch, ähm, anders als bei anderen Hobbys nicht wichtig, wie viel Geld man ausgibt oder wie cool man ist oder was man konsumiert, solange man seine Freunde dabei hat. Das ist nämlich das Schöne bei Comics. Mhm. Lesen, was man will. Ja, das darf man wohl tatsächlich. Und auch wenn ihr nicht viel Geld ausgeben könnt und wollt, müsst ihr beim Comic-Leser dann wirklich nicht, ne? Also, ich war jetzt am Wochenende in, zum Beispiel, Bochum in der Zentralbibliothek. Und generell Bibliotheken möchte ich einfach nochmal hier mal positiv erwähnen. Ähm, wenn ihr nicht viel Geld habt, das ihr für Comics ausgeben könnt oder wollt, dann schaut mal unbedingt in eurer lokalen Bibliothek vorbei. Die haben zumindest mal eine Minimalauswahl mit den Classics und wenn ihr Glück habt, sogar noch ein ganzes bisschen mehr. Ihr könnt im Regelfall dort auch Wünsche hinterlassen, was ihr gerne unbedingt mal lesen wollt. Und da habt ihr oftmals die Gelegenheit, da jede Menge Comics und Manga zu lesen. Also, mir wurde jetzt so eine Zahl gesagt am letzten Wochenende vom Comic, ähm, vom, 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 äh, Bibliotheksleiter, dass dort ein einzelner Manga-Band im Schnitt 60 Mal ausgeliehen wird, bevor er neu angeschaffen wird. Und Manga, im Gegensatz zu anderen Büchern dort in der Bibliothek, im Regelfall auch nicht aussortiert werden, weil der Bedarf und die Nachfrage einfach so groß ist. Also, insofern, äh, guckt da einfach mal hin, äh, guckt in eure Bibliothek. Und wenn das alles nicht funktioniert, weil die ist weit weg und so, dann könnt ihr a, in die Onleihe gehen. Das ist quasi Bibliothek nur online und auch kostenfrei, kann ich sehr empfehlen. Und falls dann auch das irgendwann ausgelesen ist, dann guckt mal auf zum Beispiel Raptoons vorbei. Da ist eine unfassbar große Menge an geilem, kostenfreien Comic-Scheiß für euch zu haben. Auch da kriegt ihr Dinge. Das ist dann vielleicht nicht unbedingt der Pinguin, auch nicht unbedingt Batman, aber auf keinen Fall schlechter. Darf ich auch mal nur kurz eine Anekdote zum Thema Bibliotheken erzählen? Äh, es ist mir nämlich gerade passiert, ähm, hat überhaupt nichts mit dem Pinguin zu tun. Äh, aber ich hab auf Instagram, weil, äh, der Fantasy-Comic, den ich mit Marius Pavlitzer zusammengemacht hab, House Divided, der ist in Amerika auch rausgekommen. Und da wird er wohl vor allem an Schulbibliotheken verkauft. Der Verlag hat sogar extra so ein Hardcover gemacht, weil die so auf, ja, ähm, eben den Markt der Bibliotheken spezialisiert sind. Und deswegen seh ich immer mal wieder irgendwelche, äh, Teenager, die vielleicht in Amerika in die Schule gehen und da halt, äh, House Divided entdecken. Also so im Freimarkt, hab ich den Comics nicht so oft gefunden, aber, äh, da in Bibliotheken stehen sie halt rum. Und es gab wirklich grad vor ein paar Tagen einen, ich hab's total durch Zufall gesehen, äh, irgendeinen Typ, der eine riesige, ewig lange Story gemacht hat, äh, mit ganz vielen Screenshots aus den Comics und wie sehr er, wie cool er das findet. Und, äh, dass er überhaupt kein Fandom dazu findet. Ähm, und, äh, er hat Fanart gemacht und ich dachte so, oh mein Gott, ähm, hab das sofort an Marius geschickt und hab halt auch die Story geliked. Und wirklich so, zwei Minuten später war alles gelöscht. Der Typ hat wahrscheinlich gesehen, dass ich seine Story gesehen hab und es war ihm sofort peinlich und er hat einfach alles gelöscht und, äh, äh. Oh nein. Und ich dachte so, nein, Superfan, der eine Superfan, geh nicht, verschwinde nicht. Hatte der Angst vielleicht so vor Urheberrechtsverletzungen oder so? Nein, ich glaube, das war ihm einfach total peinlich, dass er plötzlich sieht, dass einer der Creator, deren Comic er gerade total abfeiert online. Oh, ich find das immer geil, wenn, auch wenn du, ich mein, da haben alle schon Storys gemacht und wenn dann derjenige es geliked hat, der es gezeichnet hat oder so, das war doch immer geil. Total, aber wenn du vielleicht, keine Ahnung, 15, 16, 17 bist, dann ist das vielleicht ein bisschen, ja, hätte ich mich vielleicht zurückhalten sollen, einfach nur so, äh, unsichbar stalken sollen. Die Geschichte ist ja am Ende, ne, wenn man ja kreativ was schafft, natürlich würde man sich immer wünschen, dass man damit reich wird und den nächsten großen Hit landet, aber wenn man sieht, ich finde, wenn man nur eine Person mitkriegt, die das, was man gemacht hat, so versteht, wie man es gemeint hat und das auch so viel Freude bringt, dass man so, na, es hat sich doch gelohnt, diese Jahre des Stresses. Und, äh, kurz davor zu stehen, einfach so seinen Kopf, äh, irgendwie in eine Tür, äh, feste zuzuschlagen und so, weil man keinen Bock mehr hat. Ähm, also insofern, das ist eine richtig süße Story, find ich sehr cool, freut mich total. Also in der Hinsicht auch jetzt nochmal hier Werbung. Ja, dazu kann ich gleich was sagen, aber erstmal nochmal große Werbung wirklich für House Divided von Heiko und Marius. Kauft euch den Schiff. Ja, das ist nämlich wirklich, ich hab das, genau, ich hab das immer so beworben, wenn ihr es mögt, wenn alle Nebencharaktere super viel Charme haben und es quasi nicht vorhersehbar ist, was als nächstes passiert, dann ist das genau euer Comic und das Schöne ist, der ist abgeschlossen, hat aber ganz viel Potenzial, dass es irgendwie auch weitergehen könnte, so viel will ich einfach nur sagen, aber, ähm, ja, kaufen bitte. Freut mich. Freut mich. Ah, wie schön. Und ich glaub, einer meiner Lieblingsmomente war, als wir an dem Reboot von Leisure Suit Larry gearbeitet haben, was ja eine sehr problematische Marke ist und wir das ganz klare Ziel hatten, genau die richtigen Leute abzufacken mit dem Reboot im Sinne von so konservative Sexisten. Ähm, ähm, äh, ich war halt, es war halt leider ein Writing-Team, was nur aus Männern bestand, aber das Team war ansonsten, äh, 60 Prozent Frauen und 40 Prozent Männer, das war eigentlich ein ganz geiler Split, ähm, war ich verantwortlich für alle, äh, homosexuellen Charaktere und halt auch für die Dragqueen. Und mir war es wichtig, dass eine Dragqueen vorkommt, weil ich zu dem Zeitpunkt absolut im RuPaul, äh, 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 Sumpf gesteckt hab und alles davon konsumiert hab. Und dann hab ich gesehen, wie zwei, äh, Dragqueens, äh, das Spiel gestreamt haben und sich sehr darüber gefreut haben, wie die Dragqueen redet und was ihre Storyline ist, weil natürlich ist alles, was mit Larry zu tun hat, am Ende halt super schlüpfrig. Das ist natürlich eine Mischung aus Pipi-Kaka und Fiki-Fiki-Humor, aber das ist ja auch was, wenn man's, ich sag mal, würdevoll genug macht, dass halt die Leute gut wegkommen, die halt eine Minderheit sind und dass die, die eigentlich, sag ich mal, eher mal Aggressoren sind, nicht so gut wegkommen, dann sind die Leute happy und zu sehen, was die für einen Spaß am Spiel hatten, da war ich so, ja, okay, hat sich alles gelohnt, dass, äh, die 50 Rewrites der Grundstory, weshalb halt das dritte, der dritte Akt ein bisschen seltsam ist, kann ich einfach nur sagen. Also, wenn ihr euch, also der Anfang, die ersten 20 Minuten vom Spiel muss man sich durchkämpfen, geb ich wirklich zu und danach wird's cool, versprochen, kauft euch, äh, Leisure Suit Larry, Wet Dreams Don't Dry. Ich hab mir den Titel nicht ausgedacht. Ist es eigentlich für so, ähm, Studios für euch interessant, wo man das kauft? Also, ein Verlag will ja eigentlich nicht, dass du bei Amazon kaufst, sondern direkt im Shop. Kann man auch direkt bei euch kaufen oder doch halt immer über den Stadt? Nee, 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 sowas gibt's ja nicht. Am Ende sind wir halt komplett, äh, den Großen ausgeliefert, äh, da gibt's ja Steam, was ja gerade völlig zu Recht, äh, durch Jan Böhmermann gerade ein bisschen mehr diskutiert wird, weil halt Steam eine völlig unkuratierte Plattform ist, wo es ja auch Communities gibt, aber am Ende nehmen alle Plattformen 30 Prozent erstmal deiner Einnahmen, einfach dafür, dass die einfach die Infrastruktur bereitstellen und dann hast du natürlich einen Split mit dem Publisher, der das Spiel herausbringt, also quasi dem Verlag. Und eigentlich fast so wie bei Comics, bleibt immer sehr wenig für Entwickler in der Regel übrig, außer du landest halt ein Hit. Und ich kann aber nur so viel sagen, als ich gesehen hab, wie Verträge für Comics aussehen, hab ich gedacht, haha, bei Videospielen, da sind wir ja schon Jahrzehnte im Vor-, also weiter vorne, da müsst ihr aber noch nachlegen. Also es ist wirklich, als ich Verlags, äh, Verträge gesehen hab für Comics, musste ich einfach nur sagen, kein Wunder, äh, dass die Landschaft da so schwierig aussieht, wie sie aussieht und Verlage ächzen und sagen, oh, wir haben keinen neuen Content mehr, wir müssen das 50. Mal ein altes Buch neu auflegen, um Geld zu verdienen, anstatt irgendwelche Talente zu fördern. Also ja, ähm, leider bei Games könnt ihr eure Local Games-Leute nicht gut unterstützen, außer dass halt immer, wenn ihr die Spiele euch nicht leisten könnt, wishlistet die einfach, weil das treibt Publisher dazu, bessere Revenue-Shares vorzuschlagen. Aber ja, sorry, äh, genug, äh, apropos Wishlists, ähm, was steht auf eurer Wunschliste für diese Folge vom Pinguin? Toll, wunderbar. Homecoming heißt die übrigens, hab ich gesehen, hat nix mit Spider-Man zu tun, glaub ich, ist, wir haben diesmal nämlich auch ein bisschen ein Problem. Heiko und ich, wir haben die Folge vor, naja, schon ein bisschen länger hergesehen, wir hatten ja eine kleine Aufnahmepause und der Maurice, derjenige, der da ganz aktuell drinsteckt, das heißt, so die groben Zusammenhänge und Story-Elemente, die darf heute der Maurice vorschlagen. Und ich sehe hier gerade, dass Vic und Cobb, wie wir Fans ihn jetzt wohl nennen, dass die beiden hier vor einem brennenden Maserati stehen, warum eigentlich? Ja, wenn wir uns noch, äh, ihr habt natürlich alle total akribisch, die letzten, akribisch, ich bin Rheinländer, ich kann SCH und CH, ganz schwierig für mich, ihr habt das ja alle sehr aufmerksam gehört, äh, als wir ja gesagt haben, was so passiert ist, aber es gab ja jetzt quasi zeitlich einen großen Abstand, ähm, zwischen dem, was in Folge 5 passiert und was in Folge 3 passiert ist. Weil dazwischen war ja eine Folge, die eigentlich komplett fast in der Vergangenheit gespielt hat und, ähm, wir knüpfen quasi da an, Cobb wurde halt gerettet, äh, von Vic und hat aber natürlich den Wagen dabei ein bisschen zu Schrott gefahren, weil er ja einen Henchman platt gefahren hat und dann wird aufs Auto auch noch geschossen. Aber was wir sehen, dass obwohl ja Oz in der Vergangenheit so gewirkt hat, wie jetzt, ob ihm diese Karre sehr, sehr am Herzen liegt, ihm ist das scheißegal, dass die Karre brennt, weil, ähm, für ihn war Wichs Treue das entscheidende Ding. Also er hat auch, ähm, keinerlei, ähm, Abneigung oder so mehr für ihn übrig, sondern es ist alles vergeben und vergessen, weil er hat die richtige Entscheidung getroffen. Also dieses, ähm, abermals kriegen wir den Pinguin wieder als Ehrenmann serviert am Anfang einer Folge, äh, um dann halt eben zu sehen, wie er das vielleicht im Laufe der Folge mit dem Arsch wieder einreißt. Und wir sehen aber halt auch einen sehr veränderten Vic, also weil während Vic ja in den ersten drei Folgen sehr danach ausfällt, ob er mit sich hadert, wirkt er hier jetzt sowas von überzeugt von der Mission und ich weiß nicht, wie das für euch war, mir hat da noch ein bisschen der Grund für gefehlt. Also dieses, man hat ja gesehen, dass er, wie enttäuscht Oz war, dass sich Vic gegen ihn entscheidet, vielleicht, um mit seiner Freundin da abzuhauen und dass er Oz auch der Erste war, der ihn so mit Respekt behandelt hat, der aber gleichzeitig auch vorgelebt hat, wie man Respekt auf der Straße sich verdient. Aber das kam für mich jetzt so, dieses volle Commitment zum Pinguin, hab ich nicht, also, I'm not sold on this und ich hab, traue der Serie aber auch nicht zu, dass sie mir jetzt nochmal den Teppich unter den Füßen wegzieht mit einem krassen Plottwist, sondern ich glaube, wir müssen jetzt einfach damit leben, dass wir jetzt wissen, okay, Oz und Vic sind jetzt ein cooles Duo. Ja, das erschien mir alles sehr intern zu sein, was da an Überlegungen und Entwicklung bei Vic eigentlich abgegangen ist. In der Folge davor haben wir ja noch gesehen, wie er mit dem Auto aus dem Club abgehauen ist und eigentlich seine Freundin oder seine irgendwie Freundin an der Bushaltestelle treffen wollte und dann saß er im Auto, hat mit sich gehadert und ist dann halt wortlos wieder zurückgefahren und hat sie da alleine stehen lassen. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass wir erfahren, was da intern in ihm abgegangen ist, aber das wird alles so ein bisschen übersprungen und jetzt sagt er einfach nur, hey, Oz, ich bin, ich konnte dich nicht allein lassen, ich bin total all in, ich lebe jetzt genau dieses Leben. Okay, gut, das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Also, weil wichtig erklärt wurde, dass er seine Freundin, die er nun länger kennt und ganz ehrlich, die emotional doch offensichtlich eine viel größere Verbindung zu ihm hat oder hatte viel mehr, die hatten ja auch irgendwie ein Päuschen durch diesen, durch die Beschwärmung und die Distanz von Vic, aber das konnte ich auch nicht so richtig nachvollziehen. Und das, also ganz im Ernst, dass er jetzt den, 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 ich halte nicht so richtig attraktiven Mafia-Boss, der eine junge Frau vorzieht, puh, muss man wollen. Vor allen Dingen ja Hoffnung geschenkt hat, ne, also so ihr, ihr Pfad war halt der der Hoffnung und er ist halt so diese harte Realität in einer Stadt, die dich halt einfach kaputt machen will. Was auch nochmal jetzt, wo ja die Serie ja auch öffentlich von allen zu sehen ist, ist ja auch ganz interessant, was andere Leute dazu sagen. Und ein Punkt, der, den ich bei The Batman total außen vor gelassen hab oder vergessen hab, war ja, dass The Riddler ja so auch gegen diese, diesen, diesen Klassenkampf innerhalb von Gotham war. Aber, dass dieser Trottel halt einfach ausgerechnet das ärmste Viertel der Stadt überschwemmt hat, funktioniert, also in, von wegen, dass der Riddler so klug ist, äh, war irgendwie ein bisschen weird, oder? Findet ihr nicht auch im Nachhinein, dass er so, stimmt, das macht gar nicht so viel Sinn? Naja, also so klug, also er ist halt kein, kein, äh, super, äh, Comic-Book-Level-Mastermind, sondern er ist halt ein Terrorist, der all das sozusagen, äh, organisiert hat, ähm, aber er hat halt einen ziemlichen Knick oder hat er halt, äh, das nicht bedacht, dass eigentlich die Leute, die drunter leiden, immer die Schwächsten sind. Äh, äh, ich fand es eigentlich sogar ganz gut, dass wir sehen, ja, du kannst da irgendwie mit all diesen, äh, hehren Zielen, äh, rangehen, aber in dem Moment, wo du halt ein fucking Terrorist bist und irgendwie die, die halbe Stadt wegbombst, äh, leiden natürlich nicht die oberen ein Prozent drunter, sondern eben, äh, ja, all die Leute, die jetzt da, äh, in kompletter Armut, oder, ja, die ja noch vorher schon in der Scheiße steckten, die stecken jetzt halt noch viel, viel tiefer in der Scheiße. Oder, äh, haben halt ihr Leben verloren, wie bei den Eltern von Vic. Äh, fand ich eigentlich ganz gut. Das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Ja, stimmt, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, weil das sorgt auch, beugt dem vor, was ja andere Filme nicht hinkriegen, wie namentlich The Joker, Wolf of Wall Street, dass so, ähm, Insell-mäßige Typen am Ende, wie Helden am Ende von den falschen Leuten interpretiert werden. Also, die Filme versuchen eigentlich zu zeigen, guck mal, was das für gebrochene Menschen sind und wie scheiße die sind, aber aufgrund der Tatsache, dass die, während sie halt, während der Plan aufgeht, die beste Zeit ihres Lebens haben, hab ich immer das Gefühl, dass immer genau die falschen Leute motiviert sind von solchen Filmen. Und ich glaube, niemand ist aus The Batman rausgegangen und hat gesagt, boah, The Riddler was right, so. Ja, mach ich mir gleich mal ein schönes Tattoo auf den Rücken. Apropos Tattoo auf den Rücken. Oh, snap! Tatsächlich ist es ja so, dass die beiden Jungs ja unter dieser Brücke stehen, es regnet und natürlich hat Cobb schon längst sein Team angeheuert, beziehungsweise gerufen. Scheinbar hat er immer noch irgendwen in der Hinterhand, denn er hat einen Plan, er möchte sich jetzt den Maronis vornehmen. Da gibt es noch diesen einen Sohn der Maronis, der gerade auf scheinbar TikTok oder was ähnlichem gepostet hat, wo er zu finden ist und zack, da weiß der Cobb genau Bescheid, wo er jetzt seine Geisel herbekommt. Denn er möchte diesen Sohn, dessen Vornamen mir gerade nicht einfällt, gefangen nehmen und da gibt es so eine ganz coole Szene. Wir hören nämlich auf Audio-Level alles durch das, was dieser Sohn, also der zu tätowierende Sohn da gerade hört. Der liegt also quasi auf so einem Stuhl, wird gerade auf dem Rücken tätowiert und hat Kopfhörer auf. Sieht ein bisschen aus wie diese Dyson-Kopfhörer, die auch so Luftdingsbums in dein Gesicht blasen, aber gut. Und das ist was ganz Besonderes, weil wir sehen halt, wir hören die Schickserei, die im Hintergrund stattfindet, die er selbst nicht mitbekommt, die hören wir nicht, wir sehen sie bloß. Und ich fand, das war eine ganz nette, raffinierte Sache, wo ich mir auch nicht sicher bin, ob ich das in der Form nicht sogar auch bei den Sopranos mal gesehen habe. Das würde nämlich gut passen und ich will es nicht ausschließen. Wie fandet ihr so die Szene? Ach, ich fand die natürlich unterhaltsam. Am Ende ist ja, dass die Serie vieles, ich sag mal, bild- und tontechnisch nicht neu erfindet, aber immerhin gut ausführt. Also es ist selten so, es gibt auch später so ein paar Szenen, gerade ganz zum Ende hin, wo auch das Lighting wieder sehr, sehr geil wird. Ich finde, es ist halt handwerklich einfach sehr solide. Es ist nicht irgendwie inspiriert, das ist aber ja auch die Geschichte nicht. Aber es ist halt einfach geil, es passt zu dem Charakter, es gibt wieder so einen coolen Moment, wo man halt sagen kann, davon wird man irgendwann mal so einen Ausschnitt irgendwie wahrscheinlich auf den Instagram-Reels reingespült kriegen, von wegen, guck mal, wie cool die Serie ist. Und völlig zu Recht, also es war sehr cool und es hat ja auch, dieser Moment ist ja wieder so ein Badass-Moment vom Pinguin, weil man hat ja wirklich gedacht, okay, ich weiß noch, wie wir da saßen nach der Folge 3 und 4 und so. So, naja, aber was will denn Oz jetzt noch machen, jetzt ist ja alles am Arsch und dass er so in die Offensive geht, fand ich halt sehr nice, weil er geht ja dann auch einfach hin und geht dann auch zum Oberhaupt der Familie, der ja noch im Knast sitzt, den er ja schon Ringe gegeben hat. Und anstatt da halt jetzt irgendwie irgendwelche Spielchen zu spielen, ist er relativ straight. Übernimm gerne mal, falls du dich noch dran erinnerst, weil da wird ja sehr klar gesagt, was abgeht. Da wird ja auch lose dran. Ja, genau, sie sind alle extrem pisst und er sagt so, ja, ihr braucht euch gar nicht aufzuregen, dem geht's doch gut. Also gebt mir doch einfach jetzt die ganzen Pilze und dann könnt ihr euren Bub wieder zurückhaben. Fand ich auch. Ich fände es wirklich eine, eigentlich eine interessant gezeichnete Figur, weil er hat halt so schon das assige Auftreten von so einem Straßenschläger. Also er hat auch schon Mumm in den Knochen oder er traut sich auch was. Und ich meine, da jetzt, er hat ja aber auch keine Rückzugsmöglichkeit mehr. Er kann sich nicht mehr unter seinen Lügen verstecken. Er muss jetzt einfach, Entschuldigung, er muss jetzt einfach pokern und sie wollen halt einen Geisel-Austausch machen und er sagt halt, ja, komm halt alleine, Nadja. Nadja heißt sie doch, oder? Die Maroni-Chefin. Matriarchin. Ich bin so schlecht mit den Namen, genau. Ich bin da so schlecht drin. Ich bin immer so, ey, ja, die Ältere, die Mama. Ich habe übrigens hier Hörerin-Feedback, weil wir, glaube ich, in irgendeiner Folge Matriarchatin zu ihr gesagt haben. Das Wort ist Matriarchin. Ja, das war wahrscheinlich ich, der es verkackt hat auf jeden Fall, ja. Also sie heißt Nadja Maroni übrigens, ja. Richtig, genau. Und sie darf noch einen mitbringen. Also das heißt, jeder von denen hat irgendwie einen Helfer dabei und so darauf einigt man sich dann bei der Übergabe. Mhm, die extrem eskaliert. Generell sehen wir übrigens auch bei dieser offensiven Präsentation seines Geisel, seiner Geisel, sehen wir auch, dass er da, also unser Cop, dass der in dem Knast da auch Leute besticht und dass er da noch irgendwie was vorhat. Das können wir schon recht gut sehen. Und wir sehen hier auch, dass Cop erstmals, also Oswald erstmals mitbekommt, dass Sophia ihre Familie komplett ausgelöscht hat. Also nahezu komplett. Und auch da erwarten uns noch viele spannende Szenen. Also insbesondere dann natürlich die komplette Geschichte mit halt, dass Falcone anwesend steht voll und komplett, die Polizei ist da, unfassbar viele Leichensäcke auf dem Boden und eine zumindest auf dem ersten Anschein nach trauernde Sophia. Ja, das fand ich auch alles relativ beeindruckend. Oder wollt ihr jetzt schon direkt so Geisel übernommen? Nö, 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 alles gut, wir können gerne mal über Sophia reden, weil ja am Ende wir ja auch nicht selbst durch die vierte Folge einfach sagen müssen, man hat endlich diese Zusammenhänge jetzt richtig nachvollziehen können und auch da ähnlich wie beim Pinguin hat man ja eine Sympathie für sie, obwohl sie natürlich auch böse Sachen macht. Das macht ja die Serie die ganze Zeit sehr gut und wir sehen ja auch kurz darauf, wie ja auch endlich die Rolle ihres Therapeuten ein bisschen weiter beleuchtet wird, der ja dann quasi zu ihr angekochen kommt und sagt, boah, du hast mich eigentlich komplett durchschaut gehabt und ja, ich habe diese Kontrolle genossen, aber was auch immer du jetzt machst, ich will bei dir dabei sein. Also er ist irgendwie völlig, also das Machtverhältnis sowohl bei ihr in der Familie als auch in ihrem Umfeld ist komplett gekippt und wir sehen halt einfach auch ihre Transformation, weil sie ihre ganzen Narben nicht mehr versteckt. Also wir haben ja oft auch hier über die Outfits von ihr gesprochen und wir sehen ja jetzt, dass sie sich halt am Kleiderschrank ihrer Mutter bedient und halt, das ist jetzt ein bisschen vorweggegriffen, aber wir sehen jetzt die Transformation, dass sie jetzt ganz offen ist und auch zeigt, wer sie ist und auch keine Spielchen mehr spielt im Taktik-Sinne. Also sie ist nämlich Opfer dieser Spiele, ihr ganzes Leben lang gewesen, obwohl sie halt alles immer richtig gemacht hat und sie weiß, dass jetzt halt dieser Weg der Falsche war und sie beendet hiermit offiziell die Blutlinie der Falcons und ist jetzt eine gigante, gigante. Genau, das ist der Name, in dem Fall ist es wohl der Name der Mutter gewesen, der Familienname und als jemand, der jetzt tatsächlich Long Halloween vor gar nicht allzu langer Zeit erst nochmal gelesen und beendet hat und Vorbereitung auch für diese Casts hier, ist Gigante letztlich der, ich glaube Spitzname von Sophia in dem Comic. Weil die da einfach eine ganz andere Statur hat, die ist halt ein laufender Schrank, die alles kaputt prügelt und das ist halt Gigante, Sophia Gigante Falcone. Sie läuft doch auch in den Comics immer die ganze Zeit mit so einem Kopfkäfig rum, ne? Das ist im zweiten dann so und Dark Victory wird das dann so sein, weil sie am Ende deiner Spoiler von Long Halloween ziemlich übel stürzt und natürlich überlebt sie und das ist quasi einfach nur, da soll das Knick oder der Hals oder was auch immer wieder zusammenwachsen, deswegen hat sie dieses Ding um. Das ist bei Dark Victory dann der Fall später. Ah, okay, okay, ja. Und die ist halt jetzt hier in Long Halloween einfach nur ein laufender Schrank, prügelt alles nieder und kann schießen und liebt ihren Vater, hat emotionale Ebenen auf jeden Fall drin, aber da kommt Gigante her und endlich ist sie mal wieder da, eine der an einer Hand abzielbaren Verweise auf die Comicvorlage. Ich hab sie gefunden, Strike. Nice. Super, das ist wichtig, wir müssen jedes Fitzelchen finden, jedes Krümelchen, weil daran hangle ich mich so ein bisschen. Heran an dieser Serie. Aber übrigens, nochmal kurz, weil du diesen Therapeuten angesprochen hast, wie geht's euch? Ich find, das ist eine der seltsamsten Figuren. Jetzt mag ich ihn. Entweder. Ab jetzt magst du ihn jetzt. Vorher fand ich ignoriert und echt unangenehm und übergriffig, aber jetzt find ich ihn cool. Ich finde, das ist halt jetzt, das wirkt alles schon sehr comicartig, dass du halt, dass deine rechte Hand ist, dein ehemaliger Therapeut, der jetzt im Endeffekt zu deinem, hat schon fast so Vibes von, keine Ahnung, Harley Quinn Joker Beziehung in umgedreht oder so. Aber ich find ihn so seltsam, ich find ihn so schwer zu greifen, weil ich mich die ganze Zeit frage, ist das jetzt, gibt's da einen doppelten Boden, eine doppelte Ebene? Das ist einfach so eine Fetischsache, das ist von Anfang an irgendein Fetischding, jetzt ist er halt in der devoten Position, erst war's irgendeine Begeisterung, jetzt ist er halt devot von, sie strahlt eine gewisse Dominanz aus und Macht und das find er halt geil. Ich glaub, komplizierter wird das nicht und einen doppelten Boden, das find ich jetzt auch nicht erwarten. Das ist meine, also so seh ich das. Aber jetzt find ich's aber auch irgendwie cool, weil vorher war es einfach nur ein Weirdo, der sich halt an der offensichtlich von ihm abhängigen Patientin mehr oder weniger vergreift. Aber jetzt gibt's halt diesen Machtwechsel oder Kipp, wie es der Maurice genannt hatte. Ich denk, das ist jetzt einfach so ein Fetischding, mehr ist das nicht. Ja, und wenn das jetzt ein richtiger Comic wäre, dann hätte er auch ein Kostüm, wo er irgendwie so ein, keine Ahnung, Hundekostüm hätte mit einem Halsband und sie trägt irgendwie, hat irgendwie seine Kette oder sowas. Oh, das wär so nice, ne? Gibt mir sowas. Also da bin ich direkt wieder so, oh, dieses eine bisschen mehr Comic find ich jetzt wieder direkt ganz cool. Aber was mich auch einfach gefreut hat, war, weil das war bei mir spätestens bei Folge 4 so, aber was man ja auch so liest, wie andere Medien darauf reagieren, ist halt einfach, dass Sophia halt voll abgefeiert wird als Charakter. Also dass halt auch die Schauspielerin kriegt super viel Anerkennung für das, was sie da leistet in dieser Serie. Und ich find's ja immer ganz gut, wenn so andere Figuren als die namensgebenden Figuren in einer Serie so richtig strahlen können. Also dass die sich auch nicht irgendwie versucht haben, jetzt Pinguin dann trotzdem immer einen Ticken sympathischer oder cooler dastehen zu lassen, sondern wir haben halt hier zwei Storylines, die ja eigentlich sehr cool, ebenbürtig sind und immer weiter miteinander clashen werden wahrscheinlich bis zum Finale. Und wo wir einfach nur hoffen können, dass sie, also nicht, also weil wir gehässig sind, aber dass sie vielleicht auch irgendwie hinfällt und dann im zweiten Batman-Film dann auch mit einem Käfig um den Kopf rumlaufen muss. Aber wir müssen ja jetzt wieder zurückspringen zu dieser Übergabe, weil die waren natürlich ein bisschen vorhersehbar. Zum einen, dass natürlich die Maronis sich nicht einfach so Pinguin ergeben und gleichzeitig, als halt der Sohn, ich sag mal, sehr feucht aus einem Van aussteigt, war so, ach ja, okay. Echt, du hast es geahnt, ja? Achso, ja, ich auch. Ich hab gefragt, warum sollte der nass sein? Also, das ist ja so, ja, weil wir fanden das halt voll lustig. Wow, okay, das war aber sehr viel Schweiß. Also, nee, also, ich, 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 also, was halt natürlich rauskommt, ist, die Maronis haben natürlich nicht vor, mit Pinguinen zu verhandeln. Wäre ja auch sehr komisch, wenn sie sich so einfach ihm so ergeben. Ich glaube, wir sehen noch einen Parallelschnitt, wie gerade der Patriarch der Maroni-Familie erstochen wird von einem der Wärter. Ähm, und wir sehen, wie er versucht, dagegen anzukämpfen, aber mehr erst mal nicht. Und dann, ähm, schießen halt die Maronis, weil die haben doch noch ein paar Leute mitgebracht, halt einfach auf Pinguinen und seinen Kumpanen, die beide relativ unverletzt davonkommen, seltsamerweise, obwohl es halt ein fucking Ambush ist. Und, ähm, ich weiß nicht, ob das dann Pinguinen dazu führt, seinen Backup-Plan auszuführen oder ob es von Anfang an sein Plan war. Aber er hat natürlich den Sohn in Gasolin getränkt und er ist in den Armen seiner Mutter, was auch ein bisschen weird ist, dass er nicht ansatzweise versucht, ihr irgendwas zu sagen oder mitzuteilen. Und er zündet einfach beide mit einem Feuerzeug an und sie verbrennen, ähm, was natürlich sehr krass ist. Aber es hat auch einen Nachteil, denn wir wissen ja noch aus Folge 3, äh, dass diese Pilze sehr empfindlich sind. Und es geht, äh, natürlich direkt die, die Feuerlöschanlage los. Und, ähm, die Pilze sind ja so höchst empfindlich, dass sie ganz schnell abhauen müssen mit diesem Van und stellen dann fest, dass leider alle Pilze bis auf, äh, zwei Kanister absolut unbrauchbar sind. Also es ist für Pinguinen jetzt nicht möglich. Also, man ist, die Folge baut sich ja ein bisschen so auf wie, geil, jetzt sind alle Familien tot und jetzt sind, ist es einfach nur Pinguinen gegen Sophia und Pinguinen, der halt der Drogenbaron von Gotham ist. Aber nein, er ist total am Arsch, eigentlich. Ja, ohne Drogen, die er verkaufen kann, äh, hat er halt kein Kapital. Und wenn er kein Kapital hat, kann er keine Soldaten bezahlen. Und das, ähm, ja, seine ganze Macht verpufft eigentlich in dem Moment. Und deswegen kriegt er, glaube ich, auch sehr schnell Panik. Ja, weil ja auch der Anschlag auf den Patriarch, äh, 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 genau, wegen dem Patriarch nicht funktioniert hat. Ähm, der hat nämlich überlebt. Der ist nämlich so ein cooler Mafiosi, dass der Messer im Bauch aushalten kann. Einfach. Ja, klar. Mit Fancy Brown darfst du kein Messer in den Bauch rammen. Du musst deinen Kopf abschlagen mit einem Bythänder. Oder einem Katana. Okay. Ja, äh, da war der Polizist nicht gut drauf vorbereitet. Aber genau, das ist auch nochmal so das Ding, ne? Wir sehen, kriegen so mit halt, okay, da ist ja auf jeden Fall Korruption. Sophia, als die ganzen Bullen ja da sind, redet auch so ein bisschen davon, Ah, ja, ja, jetzt tut man hier nicht so, wie es, ob ihr jetzt irgendwie, äh, Anteilnahme irgendwie hier habt. So, ihr freut euch doch, dass die alle verreckt sind und so. Ähm, also man sieht nochmal kurz, ne? Hier, korrupt, äh, Gotham, aber ist ja auch nichts Neues. Also auch nicht spannend, das jetzt neu zu erzählen. Aber, ähm, Pinguin weiß einfach, er ist jetzt wirklich komplett im Arsch, weil Sophia hat überlebt und, ähm, der Deal hat nicht geklappt. Was, was ist sein nächster Schritt? Was ist sein Meisterplan, der nächste? Da würde ich kurz pausieren im Progress, weil ich jetzt zu verschiedenen Punkten noch gerne mal was ergänzen möchte. Sehr gerne. Ähm, also zunächst erstmal ist ja klar, ne? Also offensichtlich war er da mit Benzin überkippt und, ähm, Ossi macht einen coolen Move mit dem Feuer und zack, brennt er uns weg. Und das ist ganz cool, weil seine Mutter umarmt ihn ja irgendwie noch und die sterben gemeinsam. Und das sieht ja schon so ganz nett aus. Ist aber übrigens komplette Filmlogik. Okay, also soweit ich informiert bin, brennt Benzin nicht einfach so. Also du musst schon, also da einfach nur ein Streichholz in so Benzin fallen zu lassen von der Tancke, das läuft nicht, da brennt nix einfach so. Das, da muss, da muss, das muss, glaube ich, ein bisschen verpuffen oder es muss so ein bisschen sauer, sehr viel Sauerstoff im Sinne von so Nebel. Benzin muss das sein, damit da überhaupt irgendwas anfängt zu brennen. Ich glaube einfach drüber kippen und anzünden, das ist mehr so Filmlogik. Das, aber möchte ich einfach mal erwähnt haben. Da könnt ihr mich gern, wenn ihr es besser wisst, liebe Leute, auf Discord nochmal ergänzen. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es schon mal gemacht habt. Also ich habe gerade gegoogelt und das ist in der Regel, wenn man halt, also das brennt schon sehr schnell. Also es ist sehr schnell entzündlich, aber es verbrennt auch selbst sehr schnell. Also deswegen ist, glaube ich, dieses Trinken in etwas, das der entscheidende Punkt. Aber ja, sorry, ich wollte dich jetzt hier nicht auf deinem Checker-Andi-Trip hier unterbrechen. Die Auflösung gibt es in der nächsten Folge. So, Maroni ist tot, das ist eigentlich ganz nice. Wir kommen ja gleich noch da wie der Chef Maroni. Die Szene hatten wir jetzt noch nicht angesprochen, wie es da weitergeht. Aber da dachte ich schon, zu dem Zeitpunkt denkt man schon, die Maronis sind alle komplett weg. Und das fand ich auch ganz cool. Dass die in den Unterschlupf fahren von der Sexarbeiterin und dass sie das einfach alles so mitmacht. Also die ist dem Ossi scheinbar schon sehr nah, sonst würde die ja, glaube ich, nicht das so in der Form tolerieren, dass sie da eine Geisel in ihrer Wohnung halten. Das fand ich schon beeindruckend. Ich kann, tut mich generell schwer, auch deren Beziehung einzuschätzen. Wobei sie da ja eigentlich dann auch sagt, also später sagt, okay, das war's jetzt, als er dann wieder zu ihr kommt. Also sie hat sich ja schon beschwert, dass er da jemanden vorbeibringt und auch noch gerade einen Maroni-Sohn bei ihr unterstellt. Ich habe das Gefühl, sie hatte halt nicht so viel, also der kommt halt vorbei, fragt nicht vorher, ob das okay ist, sondern macht das einfach. Und sie erduldet das, aber später in der Folge, wenn er dann sagt, komm, wir müssen jetzt untertauchen und du kommst mit, damit du sicher bist, weil du bist ja hier meine Freundin, dann macht sie ja schon einen ganz klaren Schnitt und sagt, also soweit geht unsere Beziehung jetzt auch nicht. Okay, die Geschichte in der Krypta mit Sophia werden wir, glaube ich, gleich noch besprechen. Und die Pilzgeschichte, das waren schon, also die hatten doch schon relativ viel von diesem Zeug in diesem Club in der vorletzten Folge. Wie kann das sein, dass das jetzt so noch so, sag ich mal, sechs, sieben, acht Kanister sind, auf denen jeweils ein Pilz sächst, gefühlt? Die Verhältnismäßigkeit stimmt mir nicht. Das müsste doch viel mehr sein, da müsste doch ein Ausschnitt aller Pilze sein. Ja, aber die Maronis wollen wahrscheinlich auch noch welche haben oder haben irgendwo noch welche oder die haben halt diese Ernte so krass gepusht. Also da würde ich gar nicht sagen, das ist so dieses, da werden wir nichts dran ändern können als Zuschauer, dass das nicht richtig cool ist. Also am Ende ist es ja einfach nur, erstmal waren die Drogen ja jetzt so ein geiler neuer Fokuspunkt für die beiden, für Sophia und Oz, dass da was cooles passieren könnte und das wird uns jetzt genommen, sprich die Hoffnung. Unser Bliss wurde uns genommen. Das stimmt. So, und das waren jetzt so die letzten sinnlosen Anmerkungen zu dem, was wir schon gesagt hatten. Geil, Krypta, gleich jetzt sind wir gerade, wirklich sicher gerade, Vic ist gerade bei der Mama von Ozworld und die, die ist jetzt komplett direkt langsam, ne? Die hat jetzt den Anschluss an die Realität komplett verloren, oder? Ja, immer mal wieder, glaube ich. Ja, genau, also ich glaube, die ganze Folge ist ja auch, und da springe ich jetzt auch einfach mal gerne ein bisschen zum Ende, weil ich glaube, das wird natürlich immer das so chronologisch alles richtig zu erzählen, aber wir sehen ja auch als Pinguin, also weil Vic wird halt damit beauftragt, während Oz versucht irgendwie diesen ganzen Deal irgendwie hinzukriegen, bringt halt Vic die Mom in Sicherheit. Und wir merken halt vor Ort das, was ja schon immer angeteast wurde, die ist halt dement und die ist halt, oder irgendwas anderes ist mit ihrem Gehirn leider nicht mehr so cool und er bringt sie halt in seine alte Hood, die ja völlig am Arsch ist und später als Oz ja dann auch mit ihr redet und sich dafür entschuldigt, dass sie jetzt da Unterschlupf suchen muss, merken wir auch, wie toxisch diese Mutter dann doch ist, ne? Also dass sie, oder irgendwas ist, dass sie ja nicht den Mom of the Year Award gewinnen wird, weil sie ja einfach sehr sauer auf ihn ist und auch, glaube ich, wegen den Brüdern sauer auf ihn ist. So habe ich das zumindest trotz Language Barrier verstanden zumindest. Ja, über die Brüder wird ja später auch nochmal ganz kurz gesprochen. Vic fragt, glaube ich, Oswald, was denn eigentlich mit seinen Brüdern ist und er sagt nur, die Stadt hat sie genommen oder die Stadt hat sie verschlungen, ne? Also die Gotham als der Moloch, der Tribut fordert und der einfach dir Sachen nimmt und du musst dann trotzdem irgendwie bestehen und du musst dir selber deine Sachen, die du haben willst, von Gotham einfach mit Gewalt nehmen. Das ist ja auch so, eigentlich beschreibt ja auch Pinguins Lebensanschauung. Und ich bin auch gespannt, ob wir über die Brüder noch ein bisschen mehr erfahren. Also was es genau mit denen auf sich hatte. So wie die Serie bisher läuft, kann ich mir das gut vorstellen, dass wir dann doch nochmal ein kleines bisschen mehr Info später bekommen. Ja, aber die Mutter wirft ihm das sicher vor. Ja, überhaupt generell spannend. Könnten wir uns noch darüber unterhalten. Wir glauben, dass es demnächst weitergeht, weil eigentlich ist ja gefühlt, diese Serie, in der wir dabei zuschauen, wie die ursprünglichen mehr oder weniger Freunde, Sophia und Ozzy, im Laufe der Zeit gleichberechtigten Anspruch auf die Stadt sehen und das Ganze eskaliert so. Und dieser Eskalationsmoment, der ist ja jetzt eigentlich, also steht ja kurz vor der Tür, beide bohren jetzt, wenn man so will, ihre Imperien ein Stück weit auf und dann muss es zum Showdown kommen. Wir haben aber jetzt noch drei Folgen nach dieser fünften und da weiß ich gar nicht so genau, was man da drei Folgen lang erzählen möchte. Und dass es spannend bleibt. Ja. Ja, also ich meine, wir haben jetzt ja auch noch, was wir auch noch gesehen haben, ist Sophia und Maroney, der überlebende, überlebte Maroney, die treffen sich in seinem Hideout in so einer Holzhütte und sie bietet ihm wirklich eine Partnerschaft an, was ja auch außergewöhnlich ist, weil er ist ja, er pfeift ja eigentlich so aus dem letzten Loch, es gibt nur noch einen von seiner Familie, ihn und sie will aber gar keinen Krieg mit ihm, sie will sich verbünden und gemeinsam mit ihm den Pinguinen wirklich den Garaus machen. Und das heißt, die stärksten Feinde haben sie jetzt verbündet und Oswald setzt ja auch ein bisschen auf Neuanfang. Sind wir da schon, Andi, an dem Punkt, wo wir die Pinguin-Höhle betreten? Ich glaube, was noch fehlt, was noch fehlt, ist halt, dass Sophia hier Mr. Fremd-G-Glatzkopf-Dude ja gefangen hält. Johnny Vitti, ach ja. Johnny Vitti und der ihn halt auch wirklich auf eine sehr coole Art und Weise halt einfach in seine Schranken weist und ihn halt benutzt, um nochmal alle zusammenzurufen. Und die raucht in der Krypta, was ist das denn für ein respektloses Verhalten, ey? Aber wenigstens da haben wir das Hundehalsband, was wir gerne gesehen hätten an anderen Charakteren. Ja, genau. Und widerwillig ruft er dann auch echt alle Henchmen eigentlich zusammen. Also es gibt ja dann diesen Familienrat, wo alle Henchmen irgendwie zusammenkommen, wenn ich das richtig so verstanden habe. und was sie halt einfach macht, sie wird halt, während sie versucht, eine Rede zu halten von ihm, ich will auch den Namen einfach gar nicht merken, weil ich ihn so unzupatsch fand, die ganze Zeit unterbrochen und belittelt und am Ende knallt sie ihm halt einfach drüber weg. Also sie hat ihn einfach nur nochmal ein letztes Mal benutzt für das, was sie ihn brauchte und macht halt eine Ansage, wie nämlich jetzt die Familie ab sofort läuft. Nämlich die Gigantel-Familie, die benutzt ihre Henchmen nicht als das Wort Wörtliche von wegen, ja, ihr macht die Drecksarbeit, ihr kriegt aber nichts davon ab, sondern sie sagt so, wir benutzen euch nicht mehr als Ressourcen, weil ihr macht halt die harte Arbeit, während wir hier das ganze Geld verdienen. Und sie wirft halt einen Koffer voller Kuhle auf den Tisch, wo natürlich die dann wie die Ratten auch draufspringen und sich das an sich reißen und hat damit eigentlich instant die Loyalität von den Leuten, weil sie halt einfach ganz klar sagt, keine hierarchischen Strukturen mehr, und wir sind jetzt eine Familie wirklich. Und so tritt sie ja dann auch auf und versucht ja dann dieses Bündnis einzugehen mit den Maronis, mit dem allergrößten Ziel jetzt erstmal Cobblepot oder nee, Oscop zu töten. Das ist jetzt die Hauptmotivation von beiden anscheinend. Aber ich finde es schon gut, dass sie so eine moderne Mafia hat. Also es sind ganz flache Strukturen. Bei Ikea. Es ist auch eher so ein Coworking-Space und wir haben auch einen Kicker da hinten in der Ecke und Freitag gibt es Bier. Casual Friday. Ganz relatable. Aber ich muss echt sagen, diese Sache, dass sie hier Johnny Vitti abknallt, da dachte ich zum ersten Mal so, oh mein Gott, danke, danke. Weil im Vorfeld gibt es ja diese Szene, war schon überfällig, oder? Ja, total. Aber auch, wo sie ihn ja in der Krypta angekettet hat und er dann nochmal versucht irgendwie, um Leib und Leben zu reden und ihr davon erzählt, er wäre ja eigentlich damals kurz davor gewesen, ihre Mutter zu retten und jetzt will er sie retten. Und du denkst einfach nur, dieser Typ kann dich überhaupt nicht leiden, der erzählt dir, er ist alles mögliche, das ist eine Schlange, der wird dich versuchen umzubringen, sobald er die Chance hat. Und in dem Moment dachte ich trotzdem noch, ja, sie wird ihn irgendwie am Leben lassen, weil sie ihn ja braucht als Unterboss. Und dann zu sehen, dass sie ihn im Endeffekt wirklich nur so aus demonstrativen Gründen am Leben gelassen hat, um eigentlich so ihre Position klar zu machen und die sofort abknallt, dachte ich, ja, das ist gut. Das ist gut. Aber ja, stimmt, du hast es angesprochen, er redet ja auch über die Vergangenheit und es wird ein bisschen impliziert, dass Sophia mehr weiß über den Verrat als die Mutter begangen hat, um getötet zu werden, quasi als Rechtfertigung für Falcone Senior, dass nämlich die Mutter ihn verlassen wollte und dass er nämlich deswegen sie umgebracht hat. Aber sie geht ja gar nicht groß drauf ein. Also sie lässt sich, weil am Ende sie nämlich das direkt durchschaut, dass er natürlich alles sagen wird, um irgendwie wieder irgendwie überleben zu können. Und auch gleichzeitig ist das ja auch nochmal so ein Thema, wo sie ja Maroni mit konfrontiert, von wegen, sag mal, wie hättest du denn gehandelt, wenn du gehört hättest, dass mein Fahrer irgendwie eine Geschichte über mich erzählt, dass ich irgendwie unloyal bin und Maroni halt quasi was sagt, was ja ihr auch gefällt und zwar, dass er dem Fahrer die Zunge rausgerissen hätte, dass er so ein Bullshit erzählt. Und was ja auch sie darin bestätigt, dass sie jetzt den richtigen Partner an ihrer Seite hat bei dieser Sache, weil seine Loyalität immer bei der Familie liegt und nicht im Ego. Oder? Ja? Ja. Sorry, das wollte ich einfach nochmal so zusammenfassend sagen. Aber ich glaube, jetzt kommt nämlich der geile Part, was du eben schon gesagt hast, die Pang Cave quasi. Das Adlernest. Ja, genau. Das war wirklich super. Am Ende, genau, hier, Vic und Oswald sind ja in den, nicht Narrows, sondern in, wie auch immer sie das hier nennen, die abgefuckten Stadtteile. Und sie reden über die Brüder und dann kommt dem Pinguin eine Idee und zwar, hey, wir haben doch früher immer irgendwo unter der Straße in der Kanalisation gespielt als Kinder. Ist das eigentlich diese Wohnung, wo die jetzt sind, ist das die alte Wohnung von Vic und seiner Familie? Ich weiß das nicht. Ich glaube, ich habe das jetzt, ja, wahrscheinlich. Es wird was gesagt, aber ich habe nicht verstanden, was gesagt wurde. Also, weil die Wohnung sieht halt viel zu groß aus. Und außerdem ist die Wohnung doch völlig überschwemmt gewesen und die hat jetzt noch Fenster und die Möbel sind noch voll okay. Es ist von irgendjemand anderem. Ich glaube, das ist die Wohnung von seinem Kumpel, bei dem die feiern waren, auf dem Dach. Ah, okay. Aber das ist jetzt auch wieder sorry, Leute, wir gucken es auf Englisch und viele Charaktere reden ungefähr so. Oder? Oder so? Wir haben keine Untertitel. Ja, das ist das Problem. Ja, total. Naja, auf jeden Fall, Pinguin führt Vic dann unterirdisch in eine, was ist das? Ist das irgendwie eine U-Bahn-Sache, eine stillgelegte oder irgendwelche Service-Tunnel? Ich habe es auch nicht komplett durchgeholt, aber es ist halt dunkel, kalt, nass und ideales Klima für Pilze. Auch so typisch Gotham City, oder? Ja, total. Also es gibt überall Tunnel, U-Bahn-Tunnel, die nicht genutzt werden. Keine Ahnung. Vielleicht ist das in den Staaten ja so. Kann ja sein. Weiß ich nicht. Ich lebe da nicht. Aber dass da so viele leerstehende Tunnel sind, also ich meine, das ist ja eine ganze Stadt. Das ist ja wie bei hier, wer ist diese Metro-Serie, die in Russland spielt? Das ist ja dasselbe in Grün. Metro? Ja, kann ich schon. Aber da ist auch irgendeine Jahreszahl immer noch dazu, glaube ich. Ja, genau. Und ich finde das immer krass, was da an leeren Tunneln existiert. Natürlich ist da noch Stromanschluss da, muss man einfach einen Schalter runterklappen, da brennt die Hütte, überall schön die Lämpchen an. Also ist ja irgendwie, ja genau, so ein kleiner Generator ist noch da, den man anschalten kann. Und da bauen sie jetzt im Endeffekt ihr neues Hauptquartier auf. Ich hoffe, ihr seid gut krankenversichert, dann den ganzen Schimmel, den ihr euch da reinzieht. Das ist sehr, sehr ungesund. Aber hey, es ist wieder auf jeden Fall Hoffnung. Der Pinguin braucht ja eine Perspektive. Und ja, da kann man halt auch mit wenig Pilzen vielleicht noch ein bisschen was Größeres aufziehen. Ich hatte, jetzt sage ich was ganz, was mich in ganz komischem Licht da stehen lassen will. Ich fand das ganz geil, dieser Moment, wo die da in dieser Höhle standen und so dieser Feeling of Opportunity, so fühlt sich das an, wenn man eine Firma gründet unter den schlechtesten Bedingungen. Sodass man so, ja, guck mal, das könnte doch was werden. Ja, das war so dieser Moment wie bei Ghostbusters, wo so zusammengefasst wird, dass einfach Ray alle seine Erbsachen verkauft hat, damit die da dieses Feuerwehrhaus irgendwie sich leisten können und den Eintrag ins Gründerbuch und dann irgendwie gucken müssen, wie sie weiter danach arbeiten. Aber es hat ja schon so ein bisschen, weil halt aus irgendeinem Grund ja auch Wicks so euphorisch bei dieser ganzen Sache dabei. Es war ein bisschen so, ach cool, Batman und Robin nur als Drogendealer. Das wird nice. Also weil ja auch diese ganze Dynamik wirklich sehr dynamic-duo-mäßig inzwischen ist. Du hast so diesen stoischen Charakter, der einfach immer einen Plan hat, obwohl es halt unlogisch ist und diesen jungen Menschen, der sein Trauma überwältigen muss und zu jemandem aufschaut, der ihm hilft. Süße Parallele auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und die muss ja gewollt sein. Also es ist ja borderline abusive und ein bisschen. Plus, ich finde es echt interessant, dass sie diese Beziehung, diese Batman-Robin-Dynamik zum allerersten Mal bei, also jetzt hier im Endeffekt uns schon zeigen, bei einem Pinguin, also bei einem Villain und nicht bei Batman. Dass man sich eigentlich das schon seit vielen Jahrzehnten nicht mehr traut, einen Robin einzuführen, weil das einfach, niemand weiß, wie man das irgendwie mit der Tonalität hinkriegen soll, dass da im Endeffekt ein seltsamer Millionär ist, der einen minderjährigen Kindersoldaten ausbildet. Aber mit einem Willen geht das halt leichter, weil es halt, ja, weil es halt einfach unmoralisch ist. Es würde einfach schon mal helfen, wenn man aufhören würde, jede Batman-Verfilmung so realistisch zu machen, dass man immer in einer Erklärungsnot kommt, die halt auch in den Comics, finde ich, inzwischen so ausgelutscht ist, wenn Batman irgendwie damit konfrontiert wird, von wegen, ach ja, und wie viele Kindersoldaten hast du schon ausgehört? Ja, ist okay, aber Sidekicks gibt's einfach überall und Green Arrow hat noch, also hat eigentlich, glaube ich, genauso viele Sidekicks wie Batman, chillt einfach mal. Es sind Comics und es ist fucking cool. Robins sind ein geiles Konzept und nur zwei Jahre jünger als Batman und umso trauriger, dass wir uns seit Batman und Robin nicht mehr getraut haben, einfach mal wieder einen Robin an die Seite von Batman zu stellen. Aber ja, das kommt ja noch, das wird auf jeden Fall in dem James Gunn, Batman, wird das ja thematisiert werden. Es ist ja zumindest angeteased, dass ja Damien in einem der Filme oder Serien vorkommt, was hoffentlich nicht alles überspringt, was dazwischen kommt. Aber ja, zurück zum Pinguin. Ja, zwei Themen habe ich nämlich noch, Jungs. Oh oh. Zum einen mal, also allgemeiner Natur, ich glaube mit der Folge sind wir jetzt weitestgehend durch, wir haben die Szenen so weit auseinandergenommen und versucht da zu interpretieren, was halt eben so geht. Aber zunächst erstmal die Frage, wir haben jetzt fünf Folgen gesehen und meine Meinung war, da hat sich nicht viel geändert, dass eigentlich nach der dritten Folge so der größte Cliffhanger da ist und deswegen wäre es eine gute Idee gewesen, die ersten drei am Stück zu veröffentlichen und dann vielleicht wöchentlich oder so. Trotzdem muss ich sagen, Folge vier und fünf haben mir insgesamt ganz gut gefallen. Seht ihr eine Steigerung in den ersten fünf Folgen, so wie ich auch? Oder wie ist so eure Auffassung von der Qualität und vom Unterhaltungswert der fünf Folgen? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, gerade eben dadurch, dass Sophia so eine interessante Backstory bekommen hat, dass wir so viel Zeit mit ihr verbracht haben, das hat mich schon ziemlich, ja, ziemlich gehuckt. Und jetzt bin ich wirklich hooked. Jetzt möchte ich wissen, wie es weitergeht und wo sie ihn noch hinkriegen in den letzten drei Folgen. Ja, drei, ne? Bis wir... Ja. Ich hatte letztens ein Interview noch gelesen mit Matt Reeves, wo sie drüber gesprochen haben, weil der hat jetzt auch gerade ein Promo gemacht für die Pinguin-Serie und da wurde dann auch gesagt, ja, der Plan ist schon, Oz am Ende der Serie zu einem Punkt zu kriegen, an dem er dann halt noch in The Batman 2 ist. und da ich mal nicht davon ausgehe, dass der Pinguin eine große Rolle hat in Batman 2, sondern eher auch so mal wieder von ihm besucht wird oder wir sehen ihn irgendwo, das muss ja, dann muss er, er muss es ja irgendwie schaffen und er muss es ja auch irgendwie hoch schaffen. Also ich glaube nicht, dass die Staffel jetzt auf so einem, damit endet, dass er irgendwie wieder ganz am Boden ist oder sowas. Ne, also ich finde, da ist eine Steigerung drin. Mir machen die aktuellen Folgen mittlerweile auch mehr Spaß. Die ersten beiden fand ich ein bisschen lame, aber die Serie hat sich so in mein trauriges, ausgezutzeltes Herz reingewuselt. Ja, würde ich so. Reingebarzelt. Maurice, was meinst du? Ja, da kann ich nicht zu viel hinzufügen. Also ich bin halt auch so, jetzt will ich aber auch wissen, wie es zu Ende geht. Also ich glaube, du hast alles schon richtig gesagt, so eigentlich hätten sie halt die, wenn sie dieses Pacing haben, hätten sie die ersten zwei bis drei Folgen auf einmal releasen sollen und ich war halt ab Folge vier halt voll drin, beziehungsweise mit dem Ende von Folge drei war ich halt hooked. Deswegen habe ich ja damals, wenn ihr euch noch erinnert, so, ich habe schon mal kurz reingeguckt in die nächste Folge, nur weil, und da war ja dann auch noch der Abspann so komisch, ich wollte einfach kurz wissen, ob alles okay ist und seitdem will ich jetzt auch wissen, wie es zumindest zu Ende erzählt wird, weil es ist halt einfach, ich glaube, das Review bleibt auch immer bei mir gleich, es ist einfach eine durch und durch solide Serie. Hätte es die unbedingt geben müssen? Nein? Hätte die viel schneller kommen müssen nach The Batman? Ja, definitiv. Wird Colin Farrell total durchdrehen und PTSD kriegen, wenn er nochmal den Pinguinen spielen wird? Wahrscheinlich schon, weil wenn man ja sich die Interviews anhört, die er jetzt gerade geben muss, ist das ja wirklich dann zum Ende hin, ähnlich wie Jim Carrey, als er The Grinch gespielt hat, einfach wirklich absolut am Ende war und er hat auch alle, ich glaube, was war es, hat er alle Pixar-Filme sich nochmal reingezogen, um irgendwie positive Gedanken zu haben, weil die Serie ihn so runtergezogen hat. Ich weiß gar nicht mehr, irgendwas sehr kinderfreundliches musste er sich reinziehen, um noch halbwegs klar zu kommen und ja, ich glaube, Heiko hat das auch schon so gesagt, am Ende ahnen wir ja eigentlich, dass er oben, also schwimmen wird, aber das wäre ja auch ein bisschen langweilig, wenn die Serie uns jetzt nur eine Erfolgsgeschichte erzählt, also es muss irgendwie einen Haken geben und was ich natürlich sehr spannend finde, ist, wird im The Batman Film Selina auf Sophia treffen, weil die ja letztendlich Geschwister sind und Ja, Halbgeschwister, ja. Ja, und gibt es da irgendeine Connection oder wird das einfach gar nicht genutzt, weil es ja auch irgendwie, weiß nicht, ich will jetzt nicht Gotham City Sirens in den Mund nehmen, aber es wäre halt irgendwie ganz cool, so ein weibliches Duo zu sehen, die so die Unterwelt von Gotham aufmischen, aber wird wahrscheinlich nicht passieren. Übrigens Unterwelt von Gotham aufmischen. Nein, auf keinen Fall. Was auch rausgekommen ist, ist ja, dass ja die Serie, die ja auch geplant war, war ja diese GCPD-Serie und die ist einfach aufgrund von kreativer Differenzen nicht entstanden. Diese typische Aussage, wenn wahrscheinlich einer was machen wollte und der andere, nein, nein, ich will aber, dass das so ist und der andere sagt, ja, aber wenn wir das so machen, wird es cooler und der andere sagt, nein, nein, ich bin der Producer, dann kriegst du kein Geld dafür und dann ist die Serie einfach nicht entstanden. Aber ganz ehrlich, ich muss auch echt sagen, jetzt, wo wir gerade hier so viel Penguin gucken, was wäre denn bei einer GCPD-Serie überhaupt noch übrig geblieben? Also, was würde die dann von jeder, keine Ahnung, Folge CSI oder was auch immer unterscheiden? Weil wir haben so ein, wir haben so ein runtergegrindetes Batman-Universum hier, wo in, wir haben fünf Folgen Penguin geguckt und das einzige Mal, wo auch nur die Existenz von Batman überhaupt nur angedeutet wird, ist in der ersten Folge, in den ersten fünf Minuten und danach wird er, wird, wird, wird auch seine Präsenz nicht mal mehr erwähnt. Also, in so einem Universum, was will ich mir denn noch eine Cop-Serie angucken, wo kein Superschurke auftaucht und so, weißt du, wisst ihr? total, ich weiß gar nicht, warum. Wenn es einfach so Buddy-Cop-mäßig in Gotham City meinetwegen auch ein bisschen düsterer, ich würde mir das schon angucken, dann auch gern mit Namen, die wir eben aus Gotham Central oder so kennen, also warum nicht? Ja, dann gib mir auch Schurken. Da gab es ja genau das. das stimmt natürlich. Mit einem Gordon ohne Schnurrbart. Ja, sorry. Die hatten ja wenigstens Villains. Jaja, also ich glaube halt, du hast schon recht, Heiko, also es ist natürlich, wie viel mehr Spin-Off-Serien braucht dieses Universum, noch wenn es eh nicht sich traut, das Universum zu embracen, so ein bisschen. Also letztendlich ist es glaube ich so dieses, es ist ein geiler Showcase für Colin Firth, nee, Colin Firth, sorry. für den auch. Ja, für alle, für alle Beteiligten. Nein, aber. Wir stecken zusammen in diesem Fatsuit drin, Colin Firth und Colin Farrell. Der eine hat es gegessen. Der eine steht bei dem anderen so auf den Schultern, wie so Kinder, wenn die sich ins Kino reinsteigen wollen. Sehr, sehr klein in Wirklichkeit, ja. Nein, aber es stimmt zwar und ich finde das, jetzt wo du das nochmal gesagt hast, mit Batman, also mal ganz im Ernst, klar, wir sind jetzt bei einem viel noch realistischem Batman, aber es ist nicht geil, wie viele krasse Sachen in Gotham passieren, so von wegen krasser Drogenüberfall und es brennt irgendwo und nie muss einer vor The Batman abhauen, während The Batman so etabliert, alle haben Schiss vor The Batman, dass man irgendwie Scheiße baut und das ist so, weißt du was, mein Auto brennt, ich rufe jetzt erstmal meine Kumpels in Ruhe an, obwohl wahrscheinlich schon die Feuerwehr unterwegs ist, lass mal kurz chillen, Digi, gar kein Stress und irgendwo, irgendwo hängt halt wahrscheinlich Bruce bei einem, auf irgendeinem YouTube-Channel rum und hört sich die krassesten Akustik-Cover von Nirvana an und schafft es nicht irgendwie aus der Höhle rauszukommen oder so. Also das ist schon so ein bisschen, ey, ihr habt das so etabliert, dass Batman da so ein krasser Mythos ist, dass jeder in der Unterwelt Schiss vor dem hat, aber er spielt gar keine Rolle mehr und das ist halt unabhängig von unserer sonstigen, sehr nerdigen Kritik, glaube ich, was in dieser Umsetzung wirklich ein krasser Oversight ist. Also wo ich sagen würde, unabhängig von der vertanen Chance ist es halt einfach auch nicht förderlich für das, was der Film eigentlich aufgebaut hat. Ja und was würde es Ihnen, was für einen Zacken würde es Ihnen aus der Krone brechen, dass wenigstens mal das eine oder andere, ich meine, das wäre auch total lustig, man kann sich das auch wirklich lustig vorstellen, dass irgendwie andere Goons Angst haben, dass irgendwie Vengeance auftaucht und Pinguin halt dann sagt, ja, ich kenne den, habt ihn schon mal, der hat nicht so viel drauf, ja, der hat mein Auto kaputt gemacht oder so. Also, er hat ja sogar wirklich Erfahrung mit ihm und es ist fast so, als ob das ein Prequel wäre, so fühlt es sich an. Ja, voll. Also, es hätte auch wahrscheinlich besser als Prequel-Serie funktioniert, to be honest. Ja, weil er ja am Ende hätte dann die Iceberg-Launch gehabt, ja. Ja, genau, also, und am Ende wird ja wahrscheinlich die Serie genau damit enden, also es ist so ein bisschen, ja, eine seltsame Loop. Aber ja, so viel zu der Serie, also wie es weitergeht, es fällt mir super schwer, jetzt zu predikten, wie es weitergeht, es wird halt jetzt irgendwas ja noch kommen, das wird noch Maroni dann doch Sophia also backstabben, wegen Blut ist dicker als Wasser, keine Ahnung und dein Vater ist trotzdem ein Arschloch, deswegen bist du auch ein Arschloch. Nee, ich glaube, das wird schon gehen, weil sie hat ja eigentlich gar keinen richtigen Hassle mit Maroni. Als neue Familie Gigante gibt es eigentlich durchaus Möglichkeiten für einen Neustart der Beziehung unter den Familien. Ich kann mir eher noch vorstellen, dass halt im Zweifel Maroni einsieht, okay, er hat jetzt einfach nicht die Fähigkeiten, wobei andererseits sind ja alle angeschlagen, ich meine, ist jetzt nicht so, dass Cobb jetzt die riesengroße Ressourcen noch hätte oder so, ganz im Gegenteil, dann muss der jetzt in der U-Bahn-Station seine Pilzzucht aufmachen, also das schon, wobei ich, also ich gehe davon aus, dass wir noch deutlich mehr, also wir kriegen nochmal so eine Background-Folge zu Ozzy, glaube ich, mit den Brüdern, mit seiner Narbe, mit generell vielleicht seinen Jugendjahren, wie ist er eigentlich zum Kinkui geworden, so ein bisschen, also das wird irgendwie noch ein bisschen was erfahren, also da wird da was kommen, schätze ich. Ob es eine ganze Folge wird, keine Ahnung, aber ich denke, da wird da was kommen und sei es irgendwie, seine Mutter stirbt an Stress oder was und er kriegt dann Flashbacks oder irgendwie sowas. Ja, weil wir haben ja gesehen, dass in diesen Narrows ja dieser eine gefährliche Straßenbandentyp ist, der ja gesehen hat, dass halt Vic mit der Mom da reingegangen ist, also da wird auf jeden Fall, irgendwas wird da noch passieren, also wir haben noch so einen losen Threat und auch Vicks Rolle im Ganzen bleibt ja irgendwie spannend. Und damit haben wir glaube ich alles durch, was ich so an Themen hier noch auf dem Bild, auf dem Zettel stehen hatte. Mal gucken, ob ich mehr Parallelen finden werde, wenn ich demnächst noch Dark Victory gelesen habe. Ja, bin gespannt. Und mal gucken, ob wir Sophia dann auch im zweiten Teil dann gegebenenfalls mit so einer Halskrause sehen beziehungsweise so ein Gestell für den Schädel. In Glatze wohlgemerkt dann auch. Die Glatze hat sie in Long Halloween noch nicht. Die kommt dann erst in Dark Victory. Jaja, mal schauen. Also ich, was ich mir wünschen würde, ist, dass Sophia ab irgendeinem Punkt Oz eine Schlinge um den Hals legt und ihn versucht zu hängen. Dass sie der Hangman wird und dass sie versucht, ihn wirklich zu erhängen mit irgendwas. Das wäre cool. Ja, das wäre wirklich ziemlich nice. Und vielleicht, weil wir das eben auch hatten, wenn ihr halt Bock habt, in Comics einzusteigen und verstehen zu wollen, warum wir hier so immer so Tangents liefern, wo wir so sagen, ah, das wäre aber cooler so und so. Von wegen ist es günstig, jetzt Comics zu lesen. DC hat jetzt angefangen, eine neue Publication-Reihe zu haben, wo sie halt die Best-of-Standalone-Storylines rausbringen, wo man wenig Vorwissen verbraucht, bis gar keins. Und zwar sind es diese DC Compact Collection, heißt das, glaube ich. Das sind so Softcover, die Sachen wie Watchmen, All-Star-Superman, aber auch Batman-Hush, Gotham City Sirens, Green Lantern, Far Sector halt einfach haben für sechs Euro, zwischen sechs bis zehn Euro, je nachdem, wo ihr euch das besorgt. Also relativ erschwinglich und halt auch in so einem Format, dass es nicht so viel Platz im Bücherregal wegnehmt, wenn ihr nicht vorhabt, das so wie wir, unsere ganze Wohnung mit zuzukleistern, damit auf jeden Fall jeder checkt, dass ihr ein Super-Nerd seid. Ist das halt zum Reinstübern ganz cool. Gibt es aber bis jetzt nur auf Englisch. Aber ich habe wirklich wie so ein absoluter Konsum-Nerd mir sogar ein paar davon geholt, obwohl ich die schon als Hardcover oder Absolut-Edition hatte, damit ich die quasi Leuten geben kann, die so sagen, ey, kannst du mir mal einen Comic geben, dass ich das denen ausleihen kann. Plan ist aufgegangen, DC. Diese Compact Comics, die es jetzt gibt, die meinst du? Genau. Die haben alles so einen schwarzen Rahmen. Also die sind so, ihr kriegt die auch echt bei Talia und überall kann man die bestellen. Adrian hat die auch schon empfohlen, Adrian von Bauer, der fand die auch geil. Und es gibt tatsächlich ja gerade da Bestrebungen, ein paar Ninis, was in der Richtung zu machen. Die machen da gerade ein Experiment auf Deutsch mit The Boys. Das haben sie auch nochmal neu rausgehauen in genau so einem Format. Ich weiß allerdings nicht, wie da die Verkaufszahlen aussehen und ob sich das rechnet. Also ich warte schon lange drauf, denn ich bin der Meinung, dass Manga insgesamt oder auch zum Beispiel Dylan Dogg in Italien, dass es alles Beispiele dafür sind, dass das längst überfällig ist und dass es in Deutschland auch funktionieren müsste. Total. Und die sind so groß wie ein Manga? Ein bisschen größer. Ein bisschen größer. Also es ist auch echt so, also man muss ja bedenken, dass halt US-Comics ja nicht DIN A4 oder sonst was sind, sondern schon eher so ein größeres Format haben. Aber Mangas sind ja eigentlich auch in so Telefonbuchgröße immer in ihrer Erstpublikation und funktionieren ja trotzdem in runterskaliert eigentlich ganz gut. und selbst so ein text-heavy Comic wie Watchmen funktioniert in der Größe fantastisch. Also es ist halt wirklich viel geiler, sowas dann zum Beispiel mit in den Zug zu nehmen, weil es halt einfach easy in den Rucksack passt, ne? Und du halt nicht irgendwie so einen dicken Band hast und der dich halt irgendwie 30 bis 40 Euro gekostet hat, sondern du hast halt nur irgendwie 9 Euro bezahlt und wenn dann mal ein Knick irgendwie vorne drin ist, ist man auch ein bisschen mehr so, ah, weißt du was? Das ist so meine abgelederte, ich lese das mal regelmäßig, Edition, die ich auch meinen Kindern in die Hand drücken kann, wenn sie alt genug sind, wo ich dann nicht sage, oh, bitte den Umschlag vorher vorsichtig abnehmen. Nicht so sehr die Fallzung nach außen drücken. Ja, das Gegenteil von den Omnibussen, die wir uns gerade gekauft haben. Aber das macht sicherlich alles super auf dem Gästeklo. Da ist es ja auch schön, wenn man den Leuten was bieten kann. Apropos was bieten, Jungs, bekommen wir das eigentlich hin zum Staffelfinale, irgendwie nochmal ein paar Tipps rauszuhauen, was es an Pinguin-Comic-Stories gibt, die man vielleicht gelesen haben sollte oder gelesen haben könnte. Easy. Denn da fällt mir eigentlich nur ein Beispiel ein, das wir dann gern in drei Folgen besprechen können. Wir sind intern auch generell gespannt, wie sich die nächsten Recaps organisatorisch darstellen, ob wir die auch wieder alle am Releasetag morgens um vier Uhr veröffentlichen können. Da endet nämlich immer das Embargo, deswegen bekommt ihr das immer zu dieser absurden Uhrzeit. Könnt ihr das quasi schon runterladen. Weil wir noch nicht genau wissen, ob wir dann auch immer die Screener schon vorab bekommen. Das ist bei HBO immer ein bisschen unterschiedlich. Wir hoffen, dass wir da vorproduzieren können und die immer eine Woche vorab bekommen. Aber ob das so ist oder nicht, werdet ihr sehen, wenn es soweit ist. Aus unserer Sicht dauert das jetzt so circa einen Monat, bis wir das überhaupt wissen. Das heißt, wir werden jetzt auch wieder vier Wochen lang nicht über den Pinguin sprechen. Und naja, mal gucken. Schön. Gibt es was, worauf wir uns alle freuen können? Ja, auf Weihnachten freue ich mich. Vielen Dank auf jeden Fall für die Runde und euch allen noch viel Spaß weiter mit dem Pinguin. Und bis heute. Kommen Sie vorbei auf tele-stammtisch.de slash Discord. Da haben Sie die Gelegenheit, auf unserem Community Hub zu joinen und mit anderen Menschen, die ähnliche Dinge tun, wie Sie, über Dinge zu reden, die auch irgendwie Nerdkultur sind und auch über Essen und Musik. und auf jeden Fall könnt ihr noch auch mal auf einer Social-Media-Plattform eures Vertrauens gucken. Ja, okay, alle Meta-Accounts des Tele-Stammtisch sind gerade tot, aber wahrscheinlich werden wir die Zeit nah einfach neu starten und dann findet ihr den Spaß wieder irgendwie. Guckt mal unter Tele-Stammtisch und ansonsten einfach Discord checken läuft. Und wenn ihr zum Beispiel den Comic von Heiko kaufen wollt oder die Games von Maurice, dann wisst ihr ja, dass ein Blick in die Shownotes auf jeden Fall weiterhilft. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.